So, und willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Diesmal wieder nicht alleine, die haben heute wieder Gäste dabei. Ihr dürft gerne nochmal Hallo sagen. Hallo. Holland! Jetzt dürft ihr euch auch gerne vorstellen. Und man hört nen Baby im Hintergrund. Ja, man hört meinen Baby im Hintergrund. Das wird keinen Töten, hoffe ich. Ja, ich bin der Chaos Lord, ich bin jetzt hier eine kleine Runde mit Shavanna im Jungle unterwegs und hoffe, dass das jetzt ein gutes Spiel wird und dass wir nicht wieder irgendwie tiefig aufs Maul kriegen werden von irgendwelchen Menschen, die ich nicht leiden kann. Ich mach's mal kurz. Moin, Virgil hier. Ja. Und wir haben einen Lee Sin im Gegner-Jungle, das finde ich jetzt schon mal sehr unfreundlich. Tja. Und mir geht's, ich probiere mal heute mit Fortune aus, als Geheimagentin. Mal gucken, wie ich mich mit der schlage. Wird interessant. Lee Sin. Ne? Das wird sehr interessant, auf jeden Fall. Jo. Ein gegnerisches Team sieht auch sehr interessant aus. Na, das könnte ich... Ja, doch. Ich rätsel gerade, wer was macht. Ich denke, Timo Mitte, Darius Top und Vayne und Riven Bot. So, das ist so meine... Meine Vermutung. Meine Vermutung. Meine Vermutung. Ich weiß, was ich tue. Trecken und Ehrfurcht. Damit meint sie nicht ihre Rüste. Ich weiß. Damit meint sie ihre Waffen. Aber als erstes denkt man, wenn du sagst... Ja, ich weiß. Ich kenne diese Situation, wo du dir dann denkst, alles klar. Herzlich willkommen bei Wissen 101. Wusstet ihr eigentlich, dass seitdem Jax in der League unterwegs ist, die Anzahl der laternenförmigen Verletzungen drastisch zugenommen hat? Ja, also... Ich habe nicht mehr daran. Ja, also... Wusstest du, dass... Ja. Ja, wusstest du, dass das Jax eine Kombination aus Master Yee und den... Ähm, jetzt so und dem hier den Barron-Baron-Baron-Baron-Baron-Gener. Den Barron-Baron-Gener. Dann kann ich gar nicht auf Baron-Baron-Gele. Was? Der läuft hier einfach mal ein bisschen herum. Guck mal, da meint es drin. Sint erschienen. Auf geht. Wäre cool, wenn mir mal irgendwer hier helfen kommen würde. und ja also am coolsten ich darf vor kurzem er zieht euch zurück Leute geht um ein Topf unser Topf der Helfer von der Fälle weil unser Set da mal gar nichts macht unser Set ne 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 los 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 auf auf Darius auch drauf auf Darius nein ich muss Pult irgendwo mal den Ding das würde ich gar nicht machen aber ich habe schon mal einen getötet das war ein kleines bisschen zu lange der Darius war ein bisschen zu äh creepy den hättest du einfach nur noch anhitten müssen dass du mit mir fertig wirst ach komm, geh mal hin schon mal keines Taschengeld äh ja unser Timo ist mal wieder sehr sehr sehr, 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 sehr cool total so, ja, ja ich hätte ihn jetzt schon wieder schlagen können er will mir erst mal Stretch den Red holen aus welchem Grund auch immer okay ich weiß, was ich tue ich meine, es ist ja nicht so, dass man im Jungle einfach mal den Minimum den ersten Buff braucht aber nö, nö, polen den Red aber cool, wenn er jetzt da oben ein gutes Vorsicht, Vayne ist Missing auf Bot oh, das ist glaube ich nicht so schlimm äh wie war jetzt da eigentlich euer Fight ausgegangen? ich habe gesehen, du bist gestorben und Dings hat den Darius bekommen ja, und dann ist Missy auch noch drauf gegangen ganz knapp auch noch er hat die Kills bekommen er hat so lange gebraucht, Vayne beide Male das ist nicht cool, aber zurück 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 Jan, zurück ja, ist ja gut denk dann, das sind keine Bots, die sind nicht so das fängt ja krillers an Jan, komm bitte zurück ich mach doch nix doch, du bist da draußen reg dich nicht auf ich guck mal sieh dich, die sind blöd die gucken nicht in Busch was? reg dich nicht auf ja, so, jetzt mal gucken, was unsere Riven da angestellt hat ach, unsere Riven, die Regigner Riven da angestellt hat da sind aber auch Punkte er hat mich gerade kurz gesehen hätte mich sehen können ach scheiß, was drauf die Erfahrungspunkte kriegst du auch so oh alles Geld nicht es wär gut, wenn sich einer von euch vielleicht das Relikt-schild das Relikt-schild oh das Relikt-schild holt meine Güte, ich kann mal wieder reden, Leute weil dann kriegt man, wenn ähm einer den Last-Hit macht kippt dann als der andere das Gold für den Last-Hit mit alle, alle alle 30 Sekunden also kannst du auch einfach stacken die woher das war ja jetzt So, jetzt mal unseren... unserem Set mal gucken, vielleicht kriegen wir hier in der Mitte irgendwas hin. Schauen wir da mal! Schauen wir da mal! Schauen wir da mal! Schauen wir da mal! Weh, der Typ hat die Ziel geworden, dann geh ich ihm aber persönlich. Ja? Nicht so gierig sein! Vorsicht! 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 Warum? Warum? Passt doch! Weiß nicht, entweder die Typen sind einfach nur wirklich eine Angsthasen... Weil dich Darius ranzieht, ne? Gut gemacht! Läuft doch gut für uns, aber ich zieh mich mal kurz zurück, um mich zu heilen. Ist sehr gut, die Idee. Na Gott, ich seh schon wieder, der Timo wird schon wieder sterben, ey. Ich weiß nicht, was er da macht. Äh, cool, ich kann mir direkt schon mal die vampirische Zepter holen. Habe ja auch schon was schon gesagt. Oder soll ich mir besser Eifer holen? Achtung an Christempo, fängt Chance auf kritischer und 5 Lauftempo. Was besser von beiden. Hallo? Was worum geht? Eifer oder vampirische Zepter? Ich würde immer zuerst vampirische Zepter holen. Gut. Kein Problem. Ganz so viel besser als auf der Läger Jungler. Da kommt der Läger Jungler. Scheiße. Na verdummt, was ich gemacht hab. Ich habe ein Problem. Oh, mit dieser Riven. Weiß nicht, ich habe jetzt schon mit der Lust, unser Team irgendwie... ...auf die Schätze zu hauen. ...an irgendeinem Baum aufzuhängen. ...an irgendeinem Baum aufzuhängen. Einfach nur, weil... Ich weiß nicht, unser... unser Set in der Mitte... Ich habe keine Ahnung, was der da gegen den Timo macht. Der Timo ist fast tot. Könnte da mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwas mal machen kann. Da ist jetzt der Timo, oder? Da ist der Timo doch. Ja, Set, dann lass ihn doch rankommen. Wäre klasse, wenn du die Vayne mal kurz beschäftigen kannst, oder? Auch ein bisschen länger, ist nicht schlecht. Ich komme mal zu euch runter. Vielleicht kann ich irgendwo bei euch unten was machen. Ich hole mir noch ein paar. Los, 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 auf Vayne. Ne. Okay, vergiss es. Zurück, 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 zurück. In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Darauf steh ich. Vorsicht, Darius, zieht euch zurück. Ein vermündiger wurde getötet. Es ging nicht mehr. Nicht du, nicht du. Ja, ich zieh mich auch zurück. Komm dir zu Hilfe, falls sie dich verfolgen, kann ich... Na gut, tun sie nicht. Ja, lass, lass, zieh dich, zieh dich, zieh dich, zieh dich. Ich bleib beim Tower erstmal. Ja. Wir leben haben die nur. Ja, Vayne ist das Todes. Ja, eigentlich habe ich noch versucht, sie mitzunehmen, indem ich ihren Knall draufsetze, aber das hat nicht geklappt. In dem Moment hat mich Darius leider rangeholt. Äh, ich weiß nicht, wieso du jetzt da nicht mit reingegangen bist, aber... Weil er das ungern macht. Darius, auf Darius. Und, schön. Perfekt. Hat zwar nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, aber es hat funktioniert. Ich habe es überlebt und wir haben zwei Kills geholt. Das ist doch gut. Jetzt gehe ich Trier 1-1. Hm. Ja, für du, äh... Kämpf demnächst bitte mehr. Ich, äh, äh, ich hab so das Gefühl, ich sollte mal die gegnerische Top-Lane-Campen und zwei jetzt ganz hart die gegnerische Top-Lane-Campen. Ich weiß nicht, unser Timo steht 1-3-0. Äh, das ist doch... Nee, ganz, nee. Ich will jetzt schon nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich will einfach nicht mehr. Ich will in der Mitte sitzen, 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 sitzen. Machen wir jetzt da gegen den Timo, gegen den Timo. Ich habe ja noch den Schauer zu stören. Dann mach das. Geht euch zurück. Ja. Ah, perfekt. Ulti. Ich habe meine Ulti. Äh, wie sieht es für euch vom Level her aus? Und beim Leben. Könnten wir Dragon machen? Wir beide? In deinen Augen leuchtet die Gefahr. Warum bist du nicht im Busch geblieben, Junge? So. Nee, jetzt bringt es auch nichts mehr. Sicher, dass du mit mir fertig bist. Ich wäre für Dragon, wenn ich jetzt ehrlich bin. Dass ihr euch jetzt da zurückfallen lasst, ich komme jetzt bei euch nochmal helfen. Das wäre gar nicht mal so schlecht, ja. Ja, ich bin unterwegs, ich habe mir gerade nur den Red mitgenommen, den wollte ich... Nee, zurück, Jan, zurück, zurück, zurück. Ich mach das schon. Geh einfach zurück, wenn... wenn Peter sagt, er gankt. Ich komme. Ja, sorry, den Kill wollte ich eigentlich nicht haben. Ist egal. Okay, egal, 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 egal. Ähm, so. Rain geht aber nicht back, ne? Man weiß es nicht. Damn. Gib mir nochmal ein bisschen Schaden mit. Oh, ich muss... ich bin wieder im Jungle. Ah. Aber ich bin jetzt... ich muss nur... Ah. Also ich wäre jetzt echt für Dragon, Leute. Ja, das hören wir jetzt nicht nur zum ersten Mal. Oh, oder ihr tötet erstmal noch die Wayne, okay. Genau. Ich versuche mit den. Ich versuche mit den. Ich versuche mit den. Die ist cool. Ja, okay, liegt sie jetzt gerade oben, das ist gut. Dann kann ich mir unten mich ganz gemütlich den... 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 Bluitort. Ja, ich glaube, ich hab jetzt die Bluitort vorgehalten. Ich kann mir den Bluitort vornehmen. Ja, ich kann mir den Bluitort vornehmen. Dann du das. Du frühere, du hast das Ding zu Ende, hier frühere, du hast das Ding zu Ende. Hab ich komplett fertig. Du hast das Ding zu Ende, ja! Und ich hab' ich auch komplett, ich hab' jetzt so einichtigte Stärke. Ja, schön. Also ich hab' schon mal in diesem Kaufen. Ich hab' euch mal in diesem. Na, f*** mir fehlen. Erf我在 mir fehlen. Gold fehlen mir. Na, shit, mir fehlen 24 Gold. Oh, ich hab' auch meinen Ulti wieder frei. äh, ja, wie gesagt, Baron, äh, Dragon, meine Güte. Können wir dich ja töten? Ja, können wir. Komm zurück! Ein Verbündeter wurde getötet. Dieser Teemo. Ja gut, ich werde jetzt erstmal... Ich muss jetzt erstmal irgendwie diesen... Ja, dieser Teemo. Viel von Kämpfen hältst du auch nicht, oder? Nicht Salzpulver, Junge. Der Gegner hat einen Tod zu spüren. Ja, er macht doch noch den Tower. Ja, gut. Nicht doch da hinterher, die... Das ist dein Tod. Egal, ich hab auch noch einen mitgenommen. Du beschwerst dich, wenn ich nicht kämpfe, also! Ja, aber ich beschwere mich auch, wenn du an Vayne vorbeirennst, sie dir in den Rücken schießen lässt und deinen Rückweg damit selber abschneidest. So. Ach, das musste jetzt sein. Patrick und Michael sind eh wieder da. Wir müssen einfach versuchen, denen weniger Kills zu geben. Ich hab' ein gutes Gefühl, Junge. Wahrscheinlich... Ne, ja, ich brauche keine Hilfe, aber... Soll ich auch mal nach oben kommen, meinte ich? Ja, ich komme nach oben. Oben musst du nicht kommen. Ne, ich bin hier sehr... Weil ich nicht, ich muss mich jetzt zurückziehen. Guck mal, ob der Set da dahin kriegt, was ich nicht, ich hoffe es einfach mache. Oh, der Set scheint das hinzukriegen. So. Gott, was macht dieser Set da, Alter? Das ist das so. Das tut ja weh. Ein Verlündeter wurde getötet. Wolltest du jetzt nur noch Drachen machen? Ja, auf jeden Fall. Ich muss mir nur kurz noch mein, mein... ...vampirisches Zepter kaufen. Wenn ich das mal gerade kacken, weil ich es nicht mehr in der Liste hab. So, jetzt. Wie gesagt, Drachen ist eigentlich nicht immer... Sobald man ihn sicher machen kann, sollte man den auch machen, weil... Ja, dann lass ihn dich setzen. Ja, ich bin auf dem Weg. Außerdem ist der ein Jungler auf uns. Ja, ich fliege ja schon, aber... Ihr würdet getätigen. Ja, da hättest du was früher dich zurückziehen müssen. Ich war ja deutlich eher. Doch so. Wenn du dich abgehauen wirst, hätte man den gekillt. Mh, welchen von den dreien? Den... Den... Der, der nur noch ein Leben hatte. Ich war auch im Übrigen schon ein bisschen länger weg. Das ist dir hoffentlich auch bekannt. Lasst mich. Immer dieses Mobbing. Immer auf die Kleinen. So, und jetzt auf... Ja, äh... Ich glaub nicht, dass du da kämpfen solltest. Ich? Ich kämpfe. Ja. Du kämpfst. Ja, das ist... Ich weiß nicht, ob das so ne gute Idee ist. Da kämpfe ich. Sicher, dass du mit mir fertig wirst? Verschwör. So. Und? Na gut. Das funktioniert. Ich springe rein, haue meinen Stun und wir kriegen Kills. Ja, ja. Hat doch gut funktioniert. Wir haben den Drachen geholt, wir haben noch zwei Kills geholt. Und ich finde das schön. Ich hab zwar ne Ulti gebraucht, aber das macht hier nichts. Ja, ich hab meine Ulti noch übrig. Du musst doch... Ja, gut. Ja. Na gut. 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 Ja, ich soll den Turm versuchen. Auf geht's. Na gut. Ihr könnt, denke ich, jetzt mal den Turm machen, ja. Das sollte gehen. Ich hab halt immer vorlaufen... Ihr nur aufpassen, dass ihr nicht da irgendwie von einem... ich heißt, die... die hätte ich ja beinahe getötet wenn die verstärkung nicht gekommen wäre hätte ich noch bekommen weg für eine sache team wobei du bist fernkämpfer schuldige trotzdem zurück jetzt wo die beiden da sind richtig ich kann euch gleich noch mal helfen komm ich gehe mal kurz ja wir ziehen uns zu unserem tor zurück ja ich weiß dass er kommt so hier ist ja gar nicht unser tor geht zurück geht zurück geht euch zurück ich komme ich bin da das war nicht geplant so das ist noch genug schaden haben das heißt ich werde jetzt etwas denkiger gehen jetzt mit den nächsten items und ich habe nämlich relativ schnell habe ich so das gefühl das ist das erste dem der jetzt gerade draufgegangen ist ja das ist diese jahler ja eigentlich sollte der jungler immer gucken dass er etwas tanky baut auf top ist sie unterwegs dieser team und du siehst doch die gegnerischen pilze team ich meine jetzt diesmal unseren team er sieht doch die gegnerischen pilze vom vom angebildeten gegnerischen team wie er sieht die pilze er wollte auch waren irgendwie team muss kommen von der jahre die muss Prozent links fähigkeit ist dass er die gegnerischen oder kommen er ließ den kollege er noch er versucht eine scheidende einzuholen ja genau ließ alles klar also mit e kann ich die gleich bisschen verlangt haben dann kommen wir schön und auch ich glaube der ließ hin kommt zu euch runter passt auf wird zurückziehen ja einfach zurück zu uns im tor die sind dann mit meint ich kann mir eben kurz was kaufen gehen der ließ hin bleibt wie ein beklopter ja das wird er nicht überleben schade sehr gut einmal anhitten aus hilfe ich wollte eigentlich noch einmal kurz mit dem links anhitten damit ich ihn hilfreich aber das hat leider nicht funktioniert ja ja ich bin unterwegs noch keine angst genau ich tanky baut tanky 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 kein problem ich habe euch ein fortlehrer vor dem krepp der team kommt glaube ich von hinten noch dazu ich weiß nicht dass er bei euch gerade abgeht ein gegnerische Dotteltötung Z war hier und ich hatte ihn kurzfristig mit ihr verwechselt was mein Tod wieder mal beinhaltet hat so ich sag mal ein bisschen schneller gegnerische Dotteltötung ich schnapp sie dir äh Vayne ist gleich down Vayne lohnt sich aber nicht ja und ich kann erst leider kommen wenn ich wieder die warum kann ich nicht fighten lol krass ich konnte keine skills machen was zum kein mana mehr gehabt oder warte stummen nee ich verstehe es nicht und stummen können die beiden nicht um ehrlich zu sein ich auch nicht denn eigentlich bin ich mit einem sag schon bin ich mit einem stun ready reingesprungen der Gegner hat einen Ton zerstört Vorsicht der Timo ja jetzt Ulti wäre jetzt angebracht äh warte oh Gott der T- was ist mit dem Timo bitte der ist gefeedet worden am Anfang nein ist ja eigentlich der steht 7 2 holy crap mhm ja das ist mit dem Timo das erklärt so naja einiges war noch nicht wieso ich gerade keine Skills raushauen konnte aber es erklärt schon mal warum er so viel Schaden macht ja ja toll und der war leider nicht in meiner Reichweite von meiner Ulti und werde ich ihn auch geglötet ja ich kann ihn mir jetzt ja da kommt der Darius schon wieder rum wir müssen defensiver spielen auf jeden Fall ja leidert mein Ulti noch nicht frei weil sonst könnte ich jetzt ganz viel Schaden machen das ist die Power vom Gegenschlag ihr Wichser ja ja funktioniert doch Entschuldigung soo 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 ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet wann wir eben den Dragon gelegt haben kann ich ja auch nicht sagen da hat den Drachen 14 also um 20 der ist ja wieder abgekommen sollen wir oben mit hingehen was war das denn Pilz lass die Minions vor ich geh jetzt auf jeden Fall den Dragon uh da ist die ne ich lauf nach oben ich komm zu dir ja ich geh Dragon mit dem Leben lohnt es sich nicht gegen die oder? wenn du kommst könnten wir die Vayne versuchen ja ich komm zu dir ja Moment ich ich lad nur schnell mein Leben auf und komme ich komme übern Wasser wegen holen sie dir? ja habt ihr Sinn? ja ja gut dann auf zum Dragon ja warte ich muss einfach zurück mich heilen hier rein da kann ich mir direkt mal gucken ob ich mir was kaufen kann Peter kommst du? der ist tot ich bin in weiß ich nicht wie viele Sekunden erst wieder da abmauern ich muss mir jetzt grad kurz mal meine also ich spiele schon nicht schlecht aber mit also sie macht Spaß du solltest Dragon auch locker alleine schaffen eigentlich wenn ich das da gerade richtig spiele ja das ist nur etwas gefährlich falls der Lee Sin gleich auftaucht ja der Gegner hat einen Turm zerstört bei dann 930 brauche ich ok ne 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 richtig ich gehe mit kommst du denken moment ich will mir hier den red abgreifen bevor er auf die idee kommt dass der sich den hier mitnehmen könnte vorsicht lieh ist mit riven da ich hab's gesehen so jetzt komme ich zu dir warte ich komme auch hat sich weggeportet ja ich sehe es ist ganz schön sehr schön das war ein kleiner drive aber gut war den tower ja gekriegt und zwar nach den tower den kill ja gekriegt und zwar ziemlich locker ja dank flash ja vielleicht muss ich auch mal einsetzen hinter euch wie und von der seeseite kommt riven ich kann euch da jetzt nicht aber ich versuche mich um darius darius hat z und timo so ich glaube ich geht mal besser auf der dem oder kamen sie nun in die drüben ich bin tot dann stelle ich mich nehmen wir wohl nicht links war ein weiterer schade erholt wenn du reingehst dann könntest du sie kriegen als schuldengel wäre angebracht ja schutzengel ist angebot das war ich darauf auf als 6 ein verbündeter ja genau jetzt dass jetzt riven noch reinkommt ja was äh gott brauch ich denn noch so kann ich das jetzt verkaufen aber auf jeden fall das so mein ulti hab ich auch wieder bereit ja imo und links sind beide fast down was machen der set und der team der schaltgift pilz ich war ja schon vorher vergiftet ja der gift dds ist auch heute wirklich gefiltert der scheiß team oder wie steht der typ mit 10 5 die pushen da oben sich ein gemütlich zu sagen ich bin zwar nicht schlecht 12 7 8 aber ich bin zu oft gestorben scheiße wenn der kriegst du die wenn jetzt die war fast dauernd oder lockt guck dass sie zu mir lockt ich kann sie killen nicht die versanten die wenigen die angestellt ja doch habe ich mich aber auch hat wohl auch kaum er und sicherlich der dritte ich sehe dass der lieder ist der liegt mich nicht dass kann aber das kann aber ganz ganz ich bin sicherlich erhältlich Hilfe, 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 Hilfe. Ja, ich immer mal. Sehr schön. Das war ein gutes Teamwork. Ich bin jetzt auch da. Weil ich gehe mich eben heilen. Ja, Riven und Timo müssen wir auch passen. Weil ich muss jetzt definitiv heilen, weil... Fuck, das war ein ganz schönes Gift, was er mir drauf gebronzt hat. Das hatte ich vorhin auch. Weil gegen Timo, Timo könnte echt gefährlich werden. Aber der hat gar nicht so viel Fähigkeitsstärke. Damage! Ja, schön. Und Timo farmt sie jetzt ab. Und unser Timo farmt sie jetzt. Na gut, jetzt sollte er sich zurückziehen, sonst stirbt er. Der hat... Nicht, der hat nicht wirklich gestärkt. Bats! Jetzt gehe ich noch mehr tankig, also jetzt... Ganz ehrlich, jetzt... Wo auch... Magic Resistance ein bisschen scheiß Timo. Ich weiß, was ich tue. Ich weiß noch gar nicht, was ich mir da hole. Was hole ich mir da? Ich gehe mal zu unserem Tower, weil der Tower ist in Gefahr. Ja, mach das. Komm auch der Grunde. Ich hab ja die... Die Homeglass-Stunden, das weiß. Nice. Ja. Hat doch funktioniert. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Nichts lang! Ich hol mir kurz Blue. Pass auf, in der Mitte sind die... Decke. War ja nur Blue, den hab ich ja schnell down. Wir müssen vorsichtig sein. Ne, verdammt. Nun wird nicht übermütig. Irgendwo. Yee, ist da Vorsicht! Weg, 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 weg! Kein Problem. Gib da Vorsicht! Bei uns im Jungle will dann, äh, Riven und, äh, Lee. Mhm. Nix der, ey! Hat der sich denn eingebautet? Wollen wir? Peter? Hm? Jetzt Jungle! Hier! Los! Achso! Ich komm auch mit! Ja, hier ist doch alles easy. Wo sind die? Ja, die wuseln ja irgendwo rum. Weck, wir werden sie gleich. Woher mal? Wo ist die denn lang? Ja, ich hab den Yee gefunden. Hier ist der Yee. Warte, ich komm für die auf. Ja, ich, der Yee hat auch. Ja, gut, komm, 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 komm. Die, bleib so stehen. Ja, Gott. Die Ribbon... ...hab ich nur zur Hälfte hingekriegt. Okay, nice. Perfekt. Jetzt direkt noch kurz den Dragon mitnehmen. Einfach ganz schnell. Vorsicht, die Ribbon geistert sei euch! Ja, die Ribbon wird uns den Dragon nicht... Ach Gott, mein Smite-Künstler, ganz ehrlich. In deinen Augen leuchtet die Vane. In deinen Augen leuchtet die Vane. Ah, das sieht das, das ist die Vane. Vane, 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 ja, Vane. Ah, ich weiß nicht, ob ich da hinterher soll. Darius, der ist in der Base. Weg, 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 weg. Ich weiß, was ich tue. Ich könnte die mit meiner Ulti eintöten. Ja, versuch's nicht. Renn lieber weg. Ich lauf Richtung Tower und dann... ...dach ich die. Oh Gott, diese Scheiße. Schön. Da bin ich auch gestorben. Aber ich hab sie noch mitgenommen. Ja, bist ja nicht gestorben. Bist ja noch. Fuck! Scheiß... Ey. Scheiß Blutungseffekt. Ja, der ist heftig. Oleg. Wir müssen wirklich Teamfights da haben haben, die keine Chance. Der einzige, der von denen wirklich irgendwas kann, ist der Scheiße. Der wirklich was macht, ist der Timo, der macht halt übelst viel damit. Aber ich mach auch Gutschaden. Ja, der Rest ist eigentlich so mittelmäßig. Ja, du bist ein gutes TÜV-TÜV. Ja, ne? Das wolltest du doch hören. Richtig. Nein, aber ich schlag mich gut dafür, dass ich jetzt erst ein zweites Mal mit ihr spiele. Ja, Timo, hol sie dir. Ja, 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 ja. Nice. Und jetzt stirbt der Timo. Am Jax, denkst du? Am Lee. Am Lee, ne. Der Lee war zu blöd, den Timo zu verfolgen. Ist doch gut für uns. Der Timos retten sich mit ihren Scheißpilzen aus sehr viel Scheiße raus. Dann lass uns hier den Jungle mal clearen, denn irgendwo heißt das, dass der Freak hier rumrennt. Ja, ist er doch. Ab ihn. Oh, da haben wir noch jemanden. Wen. Na, da haben wir mehrere. Oh. Ja, gut, solange die allein oder zu zweit sind, ist doch egal. Okay, das Damage, Alter. Das Damage. Der Gegner wurde getötet. Ich kümmere mich gerade um ne höheres Survival-Platty. Okay, so, das waren zwei sind raus. Dann haben wir den Timo. Natürlich jetzt der der schlimmste, der kiffte Timo. Lock ihn zu mir auf. Ja, vorsichtig. Den Pilz, lass einfach die E-Minions da rein rein. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Der Timo, der steht hier immer noch. Deine Ulti hat überhaupt keinen Schaden gemacht, weißt du das? Ja, weil er halt nicht drin stand. Äh, doch, der Timo stand in der Ulti. Ich habe da drauf aufgepasst. Der Timo stand in der Ulti. Aber er ist ja tot. Wollen wir nochmal den Baron. Da ist ne Riven. Huh. Du bist weg? Ja. Dann kann ich mich jetzt hier einfach aufnehmen. Vorsicht, ich komme dir entgegen, zu Riven. Ja, fighten ist gerade für mich sehr schlecht, weil ich bin fast tot. Warte, ich komme auch. Gut. Seid ihr schon tot? Riven wird jetzt sterben, ja. Ein Gegner wurde getötet. Sehr schön. Gut, 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 gut. Die, die Aktion war gerade echt schön. Die war echt gut. Ja. Ja. Auch, dass der Timo da jetzt gerade so intelligent reagiert hat und da reingekommen ist, fand ich echt gut. Oh, das ist mein Tod. Ja, ich hab... Da wurde ich in die Zange genommen. So. Wenn mir jetzt jemand hilft, bei dem hier kann ich ihn töten. Ja, ich bin gerade wieder... Kein Problem. Die werden uns jetzt hier ziemlich wahrscheinlich aufräumen. Ich zieh mich nochmal zurück. Ich zieh zurück. Alter, ich bin... Ich darf nicht verraten, wie oft ich draufgegangen bin. Wie oft? Bis Wayne, Alter. Ich bin... Ich bin... Naja, okay. Ich bin weniger... Ich bin einmal seltener draufgegangen als Darius. Ich bin achtmal. Mhm. Und 20 killed. Wenn ihr beide wieder da seid, mit vollem Leben, wäre... Baron? Ja, genau. Ich komme. Ich lösche ihn noch. Ich gehe in unserem Jungle zu Lee. Dann... Der Lee kann ich auch warm. Okay, dann gehen wir zum Dragon Jungle. Da sind die anderen. Da kommt jemand. Hier, hier, hier. Hier ist Wayne. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Darf auch Timo auf das Dorf. Ähm... Ich hab hier Riven. Ein Gegner wurde getötet. Okay, die Riven ist auch weg. Nein, ich krieg den auch weg. Die Wayne braucht doch nur noch kurz angekitzelt werden. Na endlich. Sehr gut. Kannst du die Lane schnell pushen? Ich? Die Midlane, ja. Die Midlane ist gepusht. Oh Gott. Diese Scheiße. Sag mal, die Tromm hier mal zerstören eben. Ja. Ich hab mich. Mich hat auch gerade so ein Fuckpilz erwischt. Scheiße. Vorsicht, Trotschen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Jan? Ich hab den Tromm doch. Weg, 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 weg. Du bist kein Tower Tank. Ja, dann halt nicht. Ja, das hätten wir nicht geschafft. Wir hätten aber Minions geworfen. Dieser Sch... Kurba Timo. Dieser Timo geht mir echt auf den Sack. Oh wow. Er will ich den Schönen jetzt für uns den Turm. Ich geh dich jetzt nochmal heilen. Wer zerstört wem den Turm? Wir gehen jetzt Baron, würde ich sagen, oder? Copy. Ja. Ja. Äh, erstmal Darius? Äh, lieber erst Baron, weil solange Darius hier rumkündelt... Wobei, wenn er jetzt... Ja, wobei, doch. Das ist ein... Das ist ein guter Kill. Definitiv. Wenn er jetzt hier kommt, können wir ihn holen. Was ein Idiot. Jopp. Und er geht auch noch in den Kampf rein, weißt du? Ja, schade. Ich wollte gerade zur Hilfe kommen, aber ihr schafft es auch ohne mich. Vor allem, ich hätte es doch überlebt mit dem Turm, weil ich hab doch meine Rüstung. Ja, dann geht noch nicht. Mittlerweile fange ich an, richtig Schaden zu machen. Und auch ein bisschen was auszuhalten. Wie gesagt, jetzt Baron. Baron und dann... Ja, ich komm zu ruhig. Okay, ist auch keine Wards da, das ist gut. Sicher, dass du mit mir fertig willst. Komm, den machen wir doch kaputt. Ha, kein Ding. Der Baron ist nicht das Ding. Es ist das schnelle Rückziehen nach dem Baron. Ich sporte mich. Ja, ich auch. Ich hab meine Homegards. Das heißt, wenn ich sobald ich im Paar so... Na ja, Gott, wir fehlen 400 Gold, dann könnte ich mir... Na ja, egal. Ich sporte mich auch, ich... Oh, okay. ... den Randuin zu holen. Wir müssen definitiv in die Mitte gehen. Ja. Ja. Engage! Wie sie keinen Bock haben, ging ich das Weitere. Das ist echt geil. Bane, 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 Bane. Sehr gut. Ich kann nicht mehr weiter rein zu gehen. Perfekt. Da ist Leak. Da ist Darius. Ja, ich bin leider gleich schnell. Ah, verdammt. Dieser dämmliche Tower. Ah, der Scheid weiß was drauf. Der geht jetzt weg. Sowas lass ich mir doch nicht allzu aufbieten. Ich mach schnell den Drachen. Ja, du machst... Äh, ja, ich komm lieber mal direkt mit Breaken. Ja, ich komm nicht übernötig. Dann mach ihn schnell dauernd und dann... Guck mal, ich... Dann kann ich mir noch direkt Dings kaufen. Ja, ich hab... Mein letztes schönes Item ist ja dann, du ihn so mit. Bäm. Ja, ich guck mal, ob ich mir auch noch was kaufen kann. Weil wer als nächstes für mich angebracht... Ich glaube, ich gucke mir noch mal Blutdorst, doch. Wie du gesagt hast. Ah, du... Nee, du... Vorsicht. Äh, die Rissen auf Defense hier in dem Spiel. Hä? Hä? Ne, was soll ich mir jetzt nicht jetzt holen? Ja, was fehlt hier? Also, was... Aus dem... Also, ich habe... Blutdörster einmal. Phantom habe ich einmal. Und... Klingelunendlichkeiten. Die Rüstung. Joa. Ähm, ähm... Irgendein... Einer von den Gegenständen fehlt mir jetzt. Ich weiß jetzt grad nur nicht... Welche... Das kann ich dir nicht... Ich kann ja eigentlich noch mal auf den Blutdörster gehen, ne? Ja, Tewa, ich kann's noch mal Blutdörster kaufen, ja. Ich weiß, was ich tun will. Äh, hallo. Oh, hallo Scheibenner. Hallo. Ah, das scheint mal ein recht gutes Spiel zu werden. Hallo, Sitt. So, genau nach oben. Ich komme auch mit. Hilfe! Hilfe! Da waren wir gerade leider alle... Ja, ich habe auch... Irgendwie... Das war... Also, gegen Timo alleine hätte ich eine Chance gehabt. Aber da war noch jemand anders rein, ne? Irgendwie kam Lee noch. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... komplett mit Inhibitor und Dings. Warten wir auf die Minions und dann töten wir den Turm und ihn dann eigentlich... Ich versuche ein bisschen, Bot zu deffen, sobald wie ich wieder lebe. Aha. Ja. Wir werden wahrscheinlich nie zurückborten. Die sind in Bot. Gehen sich nicht zurück. Da kommt jemand. Da ist Teemo-Ei. Ne, ne, hier bei uns. Und da ist auch Lee. Wuuu. Und? Jetzt den Tower. Jungs. Ja. Die stehen bei uns in der Base. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Verteidicht einzig und allein von einem Teemo, der einen Teemo nicht auf Wies schalten will. Die werden jetzt weg. Komm. Einen Inhibitor zerstört. Die gehen nicht zurück. Dann haben sie jetzt gleich schon verloren. Weck den zweiten Tower mit. Ja. Perfekt. So. Gewonnen. Einen Turm zerstört. In der Leingang machen wir bald das mal eben kurz zu Ende des Spiel. In der Leand. Ja. In der Leand. Ja. Gut Ball. Ich hab' Spiel beendet. War' ich fein gemacht. Glühwunsch. Glühwunsch. Ja, glühwunsch. Ja, glühwunsch und so. Ich würde sagen, das war mein allerbeste Spiel bis jetzt, ne? Oh, aber, das ist gut. ich will mit fortune gefällt mir die Welt wird auch nicht öfters kommen ich will sagen das war für heute League of Legends hat mir sehr viel Spaß gemacht und jetzt gibt's Altersauflösung Herr Kono sag mal wie alt du bist ob ihr wirklich richtig steht? Ach ne das darf ich jetzt nicht bringen oder? ich nicht muss ich das jetzt wirklich sagen ich fühle mich diskriminiert ja das wäre doch jetzt mal ey wir haben verdient ok Jan versuch dein Glück dreimal darfst du raten 32 ach ne halt du das ist im übrigen falsch echt? ja ich bin nämlich erst 31 boah hat Jessie gesagt Jessie mal gesagt 32 ja Jessie ist ne Frau die hat keine Ahnung von Alter aber hab ich gut geschätzt Frauen werden doch auch nur 29 A B C D E F G und wenn das Alphabet dann vorbei ist dann Doppel A Doppel B naja man kann ja noch das chinesische Alphabet benutzen richtig ich hätte jetzt das mit den Hochzahlen gemacht aber ok so ja auf jeden Fall das war League of Legends wollt ihr noch Schluss sagen? und ja dann würde ich mal sagen war ein scheiß Spiel dann würde ich mal sagen bis zum nächsten Mal gucken ob ich dann nochmal dabei bin ich hoffe es doch und ja bis dann tschüss 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 tschüss